Markov Er ist stark und mutig. Er wird das Monster töten. Ich gebe mein Bestes, kleine Drohne. Halt Markov einfach am Leben. Ich brauche keinen von euch. Ich werde das Blut des Monsters trinken und auf sein Grab bissen. Was war das denn? Manchmal redet eine andere Drohne. Diese andere Drohne ist sehr gewaltbereit. Ja, aber Jack sagt, dass Gewalt notwendig sei. Jack ist weise für sein Alter. Du wirst diese andere Drohne zum Überleben brauchen. Und Teamkameraden. Die hast du reichlich. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Alter, willkommen zurück zu Lesley. Was zum Teufel. Alter, what the fuck, man. Follow Daisy. Okay, Leute, follow Daisy. Wow. Alter, what the fuck, Alter. Das war eine andere Drohne. Vor allem mit Jackal. Ich mag das. Vor allem diese Easter Eggs. Ich finde das so geil. Dass wir auch über andere Charaktere reden, die gar nicht da sind. Oh, da hinten ist es. Ich habe es gesehen. Da hinten ganz hinten war es gerade. Da hinten. Ja, Mann. Das ist äußerst nützlich für uns. Was? Den hinten habe ich es gesehen gehabt. Da ist es. Hier ist es. Ich habe es angefangen. Nein. Der ist raus. Ich weiß. Das ist so seine Sprintfähigkeit. Der sieht mich rollen. Ey. Ey, du bist angefangen, Mann. Schick dir. Was kommt mal rüber? Hier. Gib dir Schild. Äh. Oh mein Gott, das ist gut. Hier ist die Position gut. Hier oben ist die Position gut. Ich plätze mal eine ganze Schütze hier oben drauf. Das ist einwandfrei. Einwandbreit. Einwandbreit. Ja. Wo ist es denn? Das ist. Hallo. Leute, warum habe ich nicht reagiert? Warum nicht down? Was ist hier los? Das hat gerade einen Schneesturm gemacht. Ach so. Ach, wir waren alle drin in den Schneesturm. Holy shit. Alter, habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall ist es die erste Runde hin, das Monster. Das Monster ist noch gar nicht so lange draußen. Und er ist schon immer pro hier drin, Alter. Ich glaube, das war das letzte Monster, was die Entwickler noch reingebracht haben, bevor sie gekündigt worden sind. Ich bin tot. Ich bin tot. Bei mir liegt da irgendwie so ein... Was? 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 Shit. Shit. Holy shit, Alter. Wie lange geht die Runde? 2 Minuten 19, Alter. Holy shit. Alter, scheiß drauf, Junge. Das lade ich so hoch. Alter, Holy shit, Junge. Der hat ja richtig rasiert. Okay, dann würde ich jetzt sagen, war es das gewesen für diese ganz kloze Folge. Ich hoffe, meine Kontrolle ist noch runtergefallen. Und wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Leute, es kommt alles durch. So, ich schicke mir kurz Kontrolle auf. Bis, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.